Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Jurassic World Evolution. Und heute möchte ich mir eine Mod mit euch anschauen, welche ein paar neue Deko-Elemente in das Spiel bringt. Und da haben wir als allererstes für das Brachiosaurus-Zeichen oder Schild diese tollen Kisten mit dem Ingen-Schriftzug drauf. Sieht richtig cool aus. Auch sehr hochauflösend, muss ich sagen. Also tolles Model. Gefällt mir richtig gut. Aber wir haben noch zwei weitere. Nämlich haben wir einmal für das Ankylosaurus-Gehegeschild ist es. Er ist leider ein bisschen durcheinander und die Bilder wurden hier noch nicht angepasst. Das ist ein bisschen schade. Da haben wir so einen ganz tollen... Ja, das ist so ein Schiffscontainer, würde ich sagen. Auch in dieser verrosteten Optik. Sieht auch ziemlich nice aus. Hier wieder cooles Design. Sehr hochauflösend. Tolles Model. Passend zu den Kisten. Und wir haben noch einen dritten Deko-Gegenstand hier für das Ceratopsid-Schild. Nämlich solche Kisten. Machen wir hier das hohe Gras weg, dann könnt ihr das auch nochmal vernünftig sehen. Sehen auch sehr cool aus, muss ich sagen. So verbeult. Alles in diesem Rostlook von der Firma Ingen. Hier steht auch Ingen drauf. Dann natürlich hier dieses... Vorsicht! Brandgefahrzeichen. Damit kann man, denke ich, sehr, sehr coole Sachen bauen. Ich liebe ja so neue Deko-Elemente. Ich finde, dafür gibt es viel zu wenige für Jurassic World Evolution. Aber man muss auch sagen, das ist aktuell noch sehr schwierig und anstrengend, diese ins Spiel zu bringen. Denn das ist wie bei meiner Deko-Elemente-Mod. Die kennt ihr sicherlich auch schon. Alle anderen Schilder sind dann leider auch so ein bisschen verbuggt. Da habe ich auch noch keinen Weg gefunden, wie ich das besser machen kann. Und der Mod-Entwickler von dieser Mod anscheinend auch nicht. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann diese Gegenstände dann auch so hinzufügen können wie die neuen Dinosaurier. Das wäre dann natürlich genial. Dann könnte man immer mehr und mehr Deko-Elemente in das Spiel einbringen. Und dann könnte man das Jurassic World Evolution natürlich noch viel, viel mehr machen. Aber ich muss trotzdem sagen, also diese Schilder finde ich ja gar nicht so wichtig. Ich muss wirklich sagen, dass diese drei Elemente richtig gut aussehen und auch ein cooles Design so haben. Und zwar möchte ich mit euch ein Gehege in einem ganz anderen Design bauen. Dafür brauchen wir erstmal ein schönes Industriegebäude. Also der Bunker ist natürlich auch sehr, sehr nice. Müssen wir mal schauen, ob wir den nachher auch noch einbringen. Aber ich überlege eigentlich eher so ein größeres Gebäude zu nehmen. Sowas in der Art. Oh, das finde ich sogar schon sehr schön, das Gebäude. Ich frage mich ja, wie das später zerstört aussieht. Weil ich will hier nachher auch noch ein Tornado rüberfegen lassen, damit das Ganze so ein bisschen heruntergekommen aussieht. Ich meine, diese ganzen Fässer und so sind ja auch verrostet. Und dann ist das, denke ich mal, sehr passend, wenn wir das Gebäude noch zerstören lassen. Brauchen wir aber erstmal hier eine schöne Wegfarbe. Ich glaube, ich nehme eher so einen kleinen Weg. Entweder das helle hier oder das dunkle. Ist ja auch egal. Wir können erstmal mit dem dunklen anfangen einzuzeichnen. Und dann können wir es immer noch ändern zum hellen. Sollte ja kein Problem sein. Ich hoffe, wir kommen hier einigermaßen nah ran an das Gebäude. Wenn da so ein kleiner Grasrand ist, ist es halt so. Kann man leider nicht ändern. Also ich glaube, so ist das Nächste, was geht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also da ist ja keine große Lücke jetzt drin. Müssen wir natürlich alles noch auszeichnen. Ich hoffe, ich kriege jetzt das hier wieder ohne Probleme weg. Wenn nicht, dann muss ich einmal so ein Zwischenstück setzen. Dann passt das immer. Also ihr müsst dann halt immer so neue Wegpunkte setzen. Und dann kann man das auch wieder entfernen. So, dann haben wir schon mal das Gehege. Oder dieses Gehege, sag ich schon. Das Gebäude als kleinen Grundstein. Ich entferne hier nochmal ein bisschen was. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier die neuen Sachen unterbringen. Ah, dieser hier war das. Okay. Aber das ist echt noch ein bisschen anstrengend, dass da die Bilder nicht geändert wurden. Schade, schade. Ein bisschen mehr Abstand mache ich hier aber doch noch. Weil da wird auch direkt der Zaun dann hinkommen. Ich würde das ungefähr so machen. Und jetzt müssen wir nochmal das Richtige auswählen. Anki. Da ist es. Jetzt können wir mal so ein paar Container platzieren. Schön ist natürlich, man kann das dann auch wieder so ein bisschen über den Weg platzieren. Dass das dann wirklich auf Asphalt steht. Weil halt die Hitbox nur die kleine ist von dem Schild. Das habe ich ja bei meiner Mod mir auch zunutze gemacht. So ein bisschen. Ich werde jetzt erstmal ganz, ganz viele von diesen Containern platzieren. Können, glaube ich, auch so ein bisschen krumm und schief stehen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ah, vielleicht hier an der Stelle noch nicht so übel krumm und schief. Boah, das ist echt interessant. Wäre doch cool, wenn die es in verschiedenen Farben geben würde. Wenn man da ein bisschen variieren könnte. Ich glaube, ich platziere jetzt erstmal so ein paar Container, so wie ich die gerne hätte. Und dann schauen wir uns das mal an und ziehen dann die Wege drum. Bin mal gespannt auf die Optik später. Ein bisschen drehen ab und zu. Habe ich hier viel zu selten gemacht. Aber sonst sieht das so gleich aus. Ich glaube, den muss ich auch nochmal umdrehen. Damit wir da ein bisschen Variation drin haben. Dass das Ingen-Logo mal auf der einen Seite ist, mal auf der anderen. Sieht aber schon nicht verkehrt aus. Jetzt hoffe ich, komme ich hier noch mit den Wegen zwischen. Ja, das klappt. Aber richtig gut. Und damit das nicht so eintönig aussieht, platziere ich auch noch ein paar Fässer direkt. Da werde ich dann wahrscheinlich gleich ein bisschen Probleme kriegen mit dem Weg da drunter. Aber das macht ja nichts. Da kann ich dann ja auch so ein bisschen mal Erde durchschimmern lassen. Ich glaube, man muss da halt echt so ein bisschen variieren. Damit das später interessant aussieht. Wie nah kann ich hier ran? So geht. Und dann haben wir ja noch zu guter Letzt die Kisten. Und die können wir auch schon mal nehmen. Oh, die sind ganz schön groß. Plötzlich, glaube ich, hier vorne auch nochmal hin, wenn ich das hinbekomme. So. Dann drehe ich die hier, glaube ich, nochmal vorne ein bisschen. Und mehr Variation. Boah, das ist so interessant. Darf, glaube ich, auch nicht zu sehr übertreiben. Auch wenn ich mich gerade mega austoben möchte mit diesen ganzen neuen Deko-Elementen. Aber wir wollen ja dann auch nicht alles komplett voll klatschen. Das ist, glaube ich, auch nicht der Way to go. Ich muss halt jetzt schauen, dass ich hier die Wege möglichst nah ran bekomme und so viel wie es geht auch mit dem Asphalt überdecke. Weil ich natürlich auch so ein paar Risse im Boden machen kann, ne? Warum nicht? Dann ist der Boden halt so ein bisschen kaputt an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht kann ich mir das auch zunutze machen. Wenn ich es richtig angehe. Boah, hier vorne hat mir das eigentlich schon ganz gut so gefallen, wie es war. Also das größte Problem sind tatsächlich hier diese Barrels. Zumindest in dem Fall, den ich hier mache. Weil ich halt da gerne Asphalt runter machen würde. Müssen wir mal schauen, ob das da nachher nice aussieht oder nicht. Man kriegt halt auch echt oft Probleme hier. Mit den Wegen. Wenn man halt zwei Objekte nebeneinander baut. Am besten ist es dann, glaube ich, sogar, wenn man teilweise sich erstmal hier die Wegeinrastpunkte setzt. Was ja so schon echt schwierig ist. Und dann erst zum Beispiel die Barrels platziert. Jetzt könnte man zum Beispiel gucken, wie ich so ein Barrel nehmen. Und wenn es dann klappt, dann auch hin platzieren. Wenn nicht, dann kommt es halt hier hin. Macht auch rein gar nichts. Wenn man es richtig dreht, kriegt man es wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr auf den Asphalt drauf. So. Und dann können wir hier auch das Ganze ein bisschen mehr zumachen. Dann noch so ein Minimal, der Rasen durchscheint. So viel werde ich das dann auch mal so machen, dass dann ein größerer Riss hier ist. So. Jetzt muss ich mich halt den Rest hier auch noch so austoben. Ist halt sehr viel Wegarbeit. Also ich werde jetzt wahrscheinlich sehr viel für euch rausschneiden. Aber ich denke, ihr habt verstanden, in welche Richtung das so vom Design halt gehen soll. Mal ein ganz kleines Stück lassen. Achso, diese Lücken übrigens da drunter, die werde ich dann später auch noch, oder jetzt, noch so dunkel machen. Dann sehen die ein bisschen mehr aus, für Risse. Vielleicht könnte man auch einfach mal ein Terrain-Tool ins Spiel bringen, was dann so ein Asphalt halt pinselt. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Dann würde es wahrscheinlich sowieso besser aussehen und allgemein besser funktionieren. Aber jetzt erstmal begnügen wir uns natürlich hier mit. Hier vorne kommen dann auch noch Container hin. Wenn ich sie mal eben auf die Schnelle finde. Das waren glaube ich die, ne? Ne, das waren die Kisten. Ja, dann machen wir halt auch noch eine Kiste hin. So, ist gut. Und jetzt suchen wir uns nochmal die Container schnell raus. Das waren... Hier, ne? Ja. Also langsam habe ich es drauf. Langsam habe ich es gerallt. Sehr schön. Mach dann auch nochmal einen so richtig schräg. Und hier vorne nochmal einen hin. Warum nicht? Und dann können wir nochmal ein bisschen von diesen Kisten nehmen. Ach, das ist das falsche. Und dann hier vorne nochmal Barrels hin. Und ich glaube, viel mehr müssen wir da gar nicht machen. Ich werde jetzt hier die Wegfläche nochmal schnell ausfüllen. Jetzt noch hier überpinseln die Stellen. Brauche hier den Rand. Und dann sieht das Ganze so aus. Das macht was ganz anderes, ne? Also super interessant. Mir gefallen die richtig gut, diese Deko-Elemente. Darum kommt natürlich jetzt auch noch ein Zaun einpassender. Hätte eigentlich gerne so einen Stromzaun, glaube ich. Bin mir nur noch nicht sicher, in welchen... Ne, das ist der mega krasse Zaun. Gab es hier nicht auch einen Stromzaun von Jurassic Park? Ja, hier, dieser hier. Ich glaube, der passt ganz gut. Äh, Futterspender und so lasse ich jetzt, glaube ich, mal außen vor. Das macht nicht so viel Sinn. Weil Wasser müssten wir auch noch machen. Aber der Zaun wird hier sowieso noch zerstört. Das heißt, die werden da auch noch ein Außengehege bekommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die ersten Dinosaurier da rein. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir hier Stürme auf der Insel bekommen. Und in das Gehege kommen natürlich Raktoren. Die sind, denke ich mal, am passendsten für so ein Gehege. Einmal hier das schöne weibliche 2001er-Muster. Dann als nächstes haben wir, passend dazu, das männliche 2001er-Muster. Und den tollen Herrchen hier. Und den Tiger-Raptor aus dem zweiten Teil. Und zu guter Letzt haben wir da noch das Echo-Muster. Der sieht so aus. Also wirklich vier total unterschiedliche Raptoren. Aber die sehen echt cool aus. Und die bringe ich da jetzt mal rüber. Und dann schauen wir uns das mal an. So, die Raptoren landen. Und die dürfen sich jetzt erstmal ein bisschen austoben hier. Bisschen die Zäune zerdeppern. Und dann hoffe ich mal, dass bald hier auch ein Sturm vorbeikommt. Oder vorbeizieht. Der dann auch ein bisschen das Gebäude mitnimmt. Das wäre nicht schlecht. Aber jetzt könnt ihr schon mal sehen, wie das Ganze aussieht. Das ist schon cool, ne? Das ist halt was ganz anderes mal. Ich glaube, die Raptoren fangen direkt an hier. Ärger zu machen, das ist sehr gut. Mal gucken, wie lange die brauchen, um da durchzubrechen. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Vor allem, weil das Ganze natürlich hier auch ein Stromzaun ist. Aber das Gute ist ja, man kann ja den Strom einfach ausschalten. Dann sollten die da auch leichter durchkommen. Bin mal gespannt, ob sie es jetzt hier direkt schaffen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Oh ja, das hat super geklappt. Das dürfen die jetzt gerne an der einen oder anderen Stelle auch noch machen. Und ich werde den jetzt erstmal hier im Außenbereich Wasser und Essen dann machen. Oh ja, der bricht auch durch. Er hat es gleich, glaube ich, geschafft. Ne, er bricht ab. Das ist aber auch cool. Dann bleibt nämlich der Zaun an der einen oder anderen Stelle dann so halb zerdeppert. Das finde ich auch gut. Wobei, nee, er hier finischt den Job. Das ist wirklich interessant. Obwohl die schon draußen sind, zerdeppern die immer mehr. Finde ich cool. Die leisten hier wirklich gute Arbeit, die Raptoren. Ihr seht ja, ne? Die haben da richtig Bock drauf. Was natürlich ein bisschen problematisch immer an solchen Deko-Elementen ist, dass die Saurier dann da durchlaufen. Weil ihr habt ja gesehen, was die nur für eine kleine Hitbox haben. Hier zum Beispiel die Container. Und dann werden die natürlich da auch teilweise so ein bisschen hier durchlaufen können. So wie wir jetzt. Weil die Hitbox ist halt eigentlich hier vorne, wo ich jetzt auch nicht durchfliegen kann. Aber dafür gibt es, glaube ich, noch keine Lösung. Die sind mega fleißig gerade. Hammer. Und jetzt kommt, glaube ich, auch noch ein Sturm. Jetzt geht es hier richtig rund. So gefällt mir das. Dann haben wir auch gleich das, was wir wollen. Was ist das denn jetzt hier? Der Balken sieht aber verbuggt aus. Okay, egal. Ist der halt stehen geblieben. Schauen wir uns natürlich jetzt auch noch den Sturm an. Jetzt kommt so das richtige Feeling hier rüber, muss ich sagen. Mit den neuen Deko-Elementen in den Regen. Das ist schon sehr nice. Die Fässer, die Kisten und auch die Container. Hat was, oder? Ich hoffe, das Gebäude wird jetzt gleich zerdeppert. Was ist denn der Sturm? Ist der genau auf uns gespawnt? Wait. Oh, der spawnt wirklich genau in uns drin. Jetzt geht es hier richtig rund. Los, nimm das Gebäude mit. Das ist das Hauptziel. Ne, er zieht leider in eine andere Richtung. Die Richtung ist ganz schlecht. Der Zaun soll eigentlich heile bleiben. Da kennt der Sturm nichts. Schade, schade. Wie das aussieht. Crazy. Das Sturm, der macht hier gerade alles kaputt. Aber komplett. Aber genau den falschen Sound. Der reißt hier komplett ein. Ohne toll. So, die Dinosaurier-Ausbrüche habe ich jetzt wieder ausgestellt. Und den Strom an. Und wir machen das Ganze natürlich jetzt hier noch funktionabel als Gehege. Ich habe jetzt noch schnell die Invisible-Fans-Mod installiert. Übrigens, alle Mods, die ich hier benutze, die werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Natürlich auch die Mod, die hier die neuen Deko-Sachen in das Spiel bringt. Das ist ja so die Hauptmod von diesem Video. Aber wir gestalten jetzt mal den Außenbereich, sodass es auch alles funktionabel ist. Einfach hier schön Wald drumherum. Drehen wir nochmal ein bisschen. So. Hier vorne ist auch nicht so schön. Können wir lieber hier direkt vor den Zaun machen. Und dann nochmal. Ne, die wollte ich nicht. Und dann nochmal so ein paar Kissen. An den Zaun ran direkt. Hier vorne auch hin. Dann da noch was hin. Ich mache hier noch so ein Umspannwerk hin. Das finde ich mich auch immer ganz nice. Dafür brauchen wir dann gar keinen Strommast, würde ich sagen. Das ist eigentlich relativ egal. Wobei, der kann ruhig wegführen. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht, wenn der dann kaputt ist. Ob der dann so nach unten durchhängt oder sowas. Kann natürlich sein. Machen wir das mal so. Ich hoffe natürlich jetzt noch als letztes, dass hier ein Sturm kommt und das Ganze zerstört. Das wäre genial. Das sieht jetzt schon so verdammt cool aus, wenn die Raptoren da so durchlaufen bei den Containern. Hammer, oder? Da hinten kommt auch noch einer. Oh, sogar zwei. Aber jetzt seht ihr das Problem. Die laufen da halt auch so ein bisschen durch. Das darf man dann halt nicht beachten. Mega cool. Warte jetzt halt gerade noch ein bisschen auf weitere Stürme. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum die Sachen dann teilweise so verschwinden aus dem Bild. Das ist einfach, weil die halt nicht mehr geladen sind, sobald die Textur das Bild verlässt. Seht ihr jetzt gerade bei der Kiste. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Ich muss jetzt ganze 40 Minuten warten, bis der nächste Sturm kommt. Also egal, wo der jetzt lang fegt, wir belassen es dann dabei. Ich hoffe, der fegt jetzt hier voll durch die Base. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Das sieht bei Regen gleich noch viel cooler aus. Ich finde das richtig cool. Und den Containern, den Fässern und den neuen Kisten hat auf jeden Fall was. Fehlt nur noch ein bisschen Zerstörung hier. Ich bin mal gespannt, wo der Sturm jetzt entsteht. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, der wird jetzt voll hier durchfegen. Die Raptoren kriegen auch schon Panik. Oh ja. Der wird viel zerstören. Das Gebäude qualmt schon. Und ich glaube, die Zäune werden jetzt auch ordentlich drauf gehen. So, wie ich es mir wünsche. Da noch ist gar nicht so viel kaputt gegangen. Aber ich glaube, das ist mittendrin. Oh, der fegt da komplett durch. Also wirklich mittig. Aber die Zäune hat er bis jetzt nicht berührt. Oh ja. Jetzt ist hier ein bisschen was kaputt gegangen. Ja, das ist doch schon cool. Das Gebäude ist jetzt hier auch beschädigt. Guckt euch das an. Sehr nice. Der hinten qualmt. Hier ist alles zerstört. Jetzt fehlen nur noch die Raptoren. Die laufen aber leider gerade da hinten rum. Da im Wald sind sie. Aber ihr habt ja gerade schon gesehen, wie das aussieht, wenn die dann dazwischen... Ah, hier ist sogar einer. Perfekt. Können wir es noch im Regen sehen. Da sieht das nicht nice aus mit den neuen Deko-Elementen. Ich finde, das hat was. Und ich denke, ihr habt jetzt auch ganz gut gesehen, was man mit diesen neuen Mods so machen kann. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich mit Like wissen. Alle Mods, die ich benutzt habe, sind unten verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Und ich mache euch leider auch auf Funktioniße. Und ich richte euchılan dann. Und ich richte euch sein. Ich richte euch noch mal an. oder hab ich mir geht. Ich bin 하게. Aber bei調 vier do you so was so richtig gut icex? Untertitelung des ZDF, 2020